Sie sind hier, 19. Juli 2018, 22.36 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Vincenzo Nibali stürzt nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad und erleidet einen Wirbelbruch-Urheberrecht Imago nach einem Zusammenstoß mit einem Polizeimotorrad muss der ehemalige Toursieger Vincenzo Nibali ins Krankenhaus mit Verdacht auf Wirbelbruch Für den früheren Toursieger Vincenzo Nibali ist die 105. Frankreich-Rundfahrt beendet Der italienische Rad-Profi erlitt bei einem Sturz auf der 12. Etappe nach El Aipedus einen Wirbelbruch und musste aufgeben Das gab sein Team bei Rhein-Merida am späten Donnerstagabend bekannt Nibali war laut eigenen Angaben nach einem Zusammenstoß mit einem Polizeimotorrad rund 5 Kilometer vor dem Ziel zu Fall gekommen Der vierte der Gesamtwertung quälte sich unter Schmerzen ins Ziel Das vor ihm fahrende Motorrad sei plötzlich langsamer geworden, und ich traf es, sagte Nibali Im Krankenhaus bestätigte sich die befürchtete schwere Verletzung Nibali hatte die Tour 2014 gewonnen, 2013 und 2016 triumphierte der 33-Jährige in seiner Heimat beim Giro d'Italia Das war's für heute, der war, 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 der war Bis zum nächsten Mal.